Na, Fubuki, mach dich mal ans Werk. Brauchen deine Topos. Was ist denn das für eine feige Sau, ey? Ohne Scheiß. Warum toppen der jetzt auf das Wrack von der Izumo? Seems not clever. Und warum dreht sich das Wrack von der Izumo noch? Guck mal! Ne, das ist ein Yamato. Das Wrack von der Yamato. Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Guck mal, warum dreht sich denn das? In Kreisen. Guck mal, Skimsteam. Guck mal. Ja, ich bin okay. Das ist quietly faszinierend. Ein eingedrehter Sinkvorgang. Hab ich auch noch nicht gesehen. Maximum Top-Abwehr. Alter, der hat sich 180 Grad gedreht gerade. Im Absaufen. Alter, der hat aber recht gut einen von rechts auf die Fresse gekriegt, dass er sich so wegschwingt. Hier, guck mal, jetzt dreht er sich zurück. Wie Kreise. Das ist ja herrlich. Guck mal, siehst du, jetzt dreht er sich in die andere Richtung. Ohne Scheiß. Das ist das, was muss ich noch ein.